Auftragsverarbeiter nach der DSGVO. Was ist darunter zu verstehen? Wir haben in der DSGVO einmal den Betroffenen, die natürliche Person, um deren Daten es geht, dann den Verantwortlichen und eine dritte Person, nämlich der Auftragsverarbeiter, kommt noch hinzu. Zum Schluss ist der Auftragsverarbeiter jemand, der im Auftrag des verantwortlichen Daten in einem bestimmten Umfang verarbeitet. In der Wohnungswirtschaft sind Abrechnungsunternehmen klassische Auftragsverarbeiter, die auf Weisung des Vermieters oder des Verwalters handeln und die Daten auch nur zu diesem Einzweck, nämlich der Erstellung der Abrechnung, verarbeiten. Mehr dazu auf levento.de. Schön, dass Sie dabei sind.